Initiation in Gaya Chaitanya Bhagavata Adhikanta 15 Mat Ausgabe 1.17 Prabhu hört mit eigenen Ohren, dass die Bösen, die Vaishnavas, täglich beleidigen und der Wunsch keimt in seinem Herzen auf, sich selbst zu offenbaren. Er dachte nach und entschied, es nach seiner Rückkehr von Gaya zu tun. Bhagavan Gaurasundara begehrte das Gaya-Land zu sehen. Mit einer großen Schar von Schülern machte er sich nach Gaya auf, um dort den Totenkult für seinen Vater zu verrichten. So wie es die Shastras anordnen. Mit Erlaubnis der Mutter bricht er auf, macht jeden Ort, den er berührt, zu einem heiligen Pilgerort, spricht unterwegs von Dharma, unterhält sich, lacht mit seinen Begleitern. In Gaya badete er im Brahma-Vaya, Brahma-Kund. Er erlangt den Anblick der Fußspuren Vishnus. Die Brahmanen beschreiben ihm die Größe des Ortes dieser Fußlotose, denen Lakshmi ununterbrochen dient. Die Füße, die Shiva, der Herr von Kaji, Benares, an seine Brust drückt. Die Füße, von denen die Ganga entspringt. Prabhu versinkt in die Freude höchsten göttlichen Glücks, der Brahma-Bhakti. Tränenströme brechen aus seinen Lotus-Augen. Er ist voll ekstatischer Freude. Seine Haare sträuben sich, er zittert. Zum Heil aller Welten beginnt hier die Offenbarung der Brahma-Bhakti in Gaurachandra. Fußnote 378 Chaitanya erlebt sich hier nicht als Gott. Er erfährt das Glück, ein Gottgeweihter, ein Bhaktar zu sein und sich selbst ganz vergessend Gott zu dienen. Ununterbrochen wie der Strom der Ganga fließt in Brema-Bhakti der Strom der Tränen aus seinen Augen. So etwas haben die Brahmanen noch nie gesehen. Da kommt zufällig auf Ishwaras Wunsch gerade in diesem Augenblick Ishwara-Puri daher. Gaurasundara sieht ihn und grüßt ihn ehrerbietig. Ishwara-Puri umarmt ihn in großer Freude. In Bremer Glück werden beide Leiber im Wasser des Bremer gebadet. Brabus sagt, heute ist das Ziel meiner Reise nach Gaia erreicht, denn ich habe die Lotuse deiner Füße geschaut. Pindar, der Reiskuchen, der beim Totenkult den Abgeschiedenen dargereicht wird, Er löst nur diejenigen unter den Vorfahren, um dessen Willen er gegeben wird. Doch bei deinem bloßen Anblick werden Millionen von Vorfahren sofort von der Bindung frei. Kein heiliger Ort ist dir an Wert gleich. O erlöse mich vom Ozean der Wandelwelt. Ich übermache dir meinen Leib. Gib mir den Raser des Nektars der Lotusfüße Krishnas zu trinken und mache mich zu deinem Eigentum. Das erbitte ich mir von dir. Fußnote 379 Nektar der Lotusfüße Krishnas ist das Glück, Gott unmittelbar dienen zu dürfen. Ishwara-Puri Vernimm, Pandit, ich weiß ganz bestimmt, dass du eine Teiloffenbarung Amsha Ishwaras bist. Ich sah in der Nacht einen glücksverheißenen Traum, als Folge davon habe ich heute deinen Anblick erhalten. Wirklich, Pandit, dein Anblick erfüllt mich in jedem Augenblick mit der Freude höchsten göttlichen Glücks. Seitdem ich dich in Navadvip sah, habe ich im Herzen keine Ruhe mehr gehabt. Wenn ich dich sehe, ist in mir ein Glücksgefühl, als ob ich Krishna selbst sehe. Mahaprabhu lacht. Als er diese ehrlichen Worte Ishwara-Puris hört und sagt, es ist mein gutes Geschick. Dann besucht er mit Ishwara-Puris Erlaubnis die anderen heiligen Plätze der Stadt. Zum Beispiel die Rama Ganga, wo Rama den Totenkult verrichtete. Wo Yudhishtira, der ältere Bruder des Arjuna, den Totenkult hielt. Und wo immer er den Opferball ins Wasser wirft, fischen ihn die Milchleute und die Brahmanen heraus und verschlingen ihn. Da lacht der Sohn der Satschi. Die Bindungen von allen, die so taten, lösen sich. Schließlich badet er abermals im Brahma-Kund, legt den Ball mit der Opferspeise zu den Füßen Vishnus hin und tut deren kultische Verehrung. Dann stellt er die Brahmanen mit Geschenken zufrieden, geht heim, ruht sich ein wenig aus und macht sich ans Kochen des Essens. Sobald das Essen fertig ist, stellt sich Ishwara-Puri ein, schwebenden Schrittes in Prima den Namen Krishnas singend. Prabhu geht vom Herz zu Ishwara-Puri und grüßt ihn und bittet ihm einen Sitz an. Ishwara-Puri sagt lachend, Da bin ich ja gerade zur rechten Zeit gekommen. Er, das ist mein gutes Geschick. Bitte nehmt euer Bettel mal hier ein. Lachend sagt Ishwara-Puri. Was wird dann für dich übrig bleiben? Er, ich werde schnell auch für mich kochen. Ishwara-Puri. Wozu? Lass uns den Reis teilen. Er lachend. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, bitte iss alles, was gekocht ist. In einem Augenblick wird ein weiteres Essen fertig sein. Bitte iss ohne zu zögern. Prabhu gibt ihm den Reis und geht freudig erneut ans Kochen. So wie Prabhu dem Ishwara-Puri Gnade erweist, so hat auch Puri nichts anderes als Krishna im Sinn. Er gibt ihm mit seiner heiligen Hand zu essen und Puri ist in der Freude höchsten göttlichen Glücks. In der Zwischenzeit hatte Ramadevi, Lakshmi, von niemandem gesehen, schnell für ihren Herrn das Essen gekocht. Nachdem Ishwara-Puri gegessen hatte, saß Prabhu voll Freude zum Essen nieder. Wer von dem Essen beider hört, erhält Prima zu Krishna. Nach dem Essen salbte Prabhu den Ishwara-Puri über den ganzen Leib mit herrlichen Wohlgerüchen. Hat jemand die Kraft, die große Liebe zu beschreiben, die Ishwara zu Ishwara-Puri hat? Eines Tages bat er mit milden Worten Ishwara-Puri um Initiation, Diksha. Dieser sagte, nicht nur den Mantra will ich dir geben, sogar mein Leben zu geben, bin ich immer da bereit. Und Narayana, der Weltenlehrer, nahm von Ishwara-Puri den Mantra von zehn Silben in Empfang. Prabhu umwandelt ihn und sagt, Ich habe dir meinen Leib übermacht. Nun gib mir den glücksverheißenden Blickstrahl, damit ich im Meere von Krishna-Prema schwimmen kann. Ishwara-Puri umarmt ihn herzlich. Beide weinen, benetzen gegenseitig ihre Leiber mit Tränen. Noch einige Tage verweilt er in Gaia. Die Zeit der Offenbarung seiner selbst war herangekommen. Und deshalb steigerte sich von Tag zu Tag seine Prima-Bhakti. Eines Tages saß Mahaprabhu allein und durchdachte seinen eigenen Mantra. Im Glück der Erkenntnis fing er an zu weinen und zu rufen. O Krishna, O Krishna, du bist mein Leben. In welche Richtung bist du fortgegangen? Du hast mein Leben gestohlen. Er ist in Prima-Rasa versunken. Sein ganzer Leib ist mit Staub bedeckt und er ruft laut in Not mit verzweifelter Stimme. O Krishna, wohin bist du gegangen? Du hast mich alleine zurückgelassen. Fußnote 380 Er, der die ganze Fülle Bhagavans und alle Shaktis Bhagavans in sich birgt, spricht hier als Radha, die von Krishna verlassen wurde. Vergleiche Bhagavatam 10.30.39 Prabhu, welcher der Gipfel der Selbstbeherrschung war, verlor sie ganz und gar in Prima. Er wälzt sich auf dem Erdboden umher und weint und wird von den Wellen des Meeres der Trennung in der Bhakti zu sich selbst fortgetragen. Schließlich kamen die Schüler, die ihn begleiteten, und mit Mühe brachten sie ihn zur Ruhe. Er sagte, geht alle nach Hause. Ich werde nicht in die Wandelwelt zurückkehren. Ich will nach Mathura gehen, damit ich dort zu Krishna Chandra, dem Herrn meines Lebens, komme. Alle Schüler zusammen taten ihr Bestes, ihn zur Rückkehr nach Navadvip zu bestimmen. Da machte er sich, ohne jemanden etwas zu sagen, gegen Ende der Nacht nach Mathura auf, in Bhaktirasa versunken. Laut ruft er, Krishna, Krishna, wann werde ich dich erreichen? Als er noch nicht weit gegangen ist, hört er eine Stimme. Edler Bramane, gehe jetzt nicht nach Mathura. Es ist noch immer Zeit dazu. Jetzt kehre nach Navadvip zurück. Du bist der Herr von Vaikuntha, bist Avatara geworden, um die ganze Welt zu erlösen. Tue ein Kirtan, das die Universen erfüllt, und teile den Reichtum der Prima Bhakti an die Welt aus. Du bist doch Avatara geworden, um an die Welt diesen Raser auszuteilen. Du weißt das selbst am besten. Wir sind deine Diener. Doch wir können nicht anders. Wir müssen es dir sagen. Also gehe nach Hause zurück. Später gehe nach Mathura. Als er die Himmelsstimme gehört hatte, kehrte er um, voller extatischer Freude im Herzen. Und mit seinen Schülern machte er sich nach Navadvip auf, um mit der Offenbarung der Bhakti zu beginnen. Der Aufgang der Prima Bhakti steigerte sich von Tag zu Tag. So nimmt Prabhu von Ishwarapuri Abschied und kehrt nach Navadvip zurück. Navadvip ist voller Glück, so wie wenn das Leben in einen Leib zurückkommt.